Ja, kann man auf dem Oktoberfest einen Herpes bekommen, kann man sich dort mit einem Herpesvirus infizieren und dann für sein ganzes Leben Probleme mit Herpes an der Lippe haben? Prinzipiell ist es möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Denn ungefähr 9 von 10 Menschen in Deutschland sind bereits mit dem Herpesvirus infiziert und was an den Lippen dann als Bläschen, als schmerzhafte Schwellung auftritt, ist in den allermeisten Fällen eine Reaktivierung, das heißt ein erneutes Auftreten des Herpes, aber keine echte Neuinfektion. Wenn der Herpesvirus sich bei uns im Körper aufhält, dann ist es meistens hier in diesen sogenannten Ganglien, das sind Nervenknoten, dort wandert der ein und wenn unser Immunsystem, was diese Viren hier in Schach hält, runtergefahren ist, beispielsweise durch Stress, durch UV-Licht, manchmal auch durch Ekel, dann kann es sein, dass diese Viren sich hier wieder vermehren und dann hier rauswachsen und dann an der Haut diese Bläschen verursachen und leider auch eine Hautzerstörung, das heißt ein Herpes kann prinzipiell auch zu Narben führen. Diese Herpesviren werden durch Speichel beispielsweise übertragen, können auch prinzipiell über unbelebte Gegenstände, wie beispielsweise ein Glas, übertragen werden. Die Infektion erfolgt allerdings in den meisten Fällen schon im Kindesalter, im elterlichen Haushalt, aber natürlich kann man sich auch später noch anstecken, beispielsweise durch Küssen. Diese Herpesviren werden meistens in Schach gehalten und nur bei einem kleineren Anteil von Menschen kommt es dann zu regelmäßigen Ausbrüchen. Wenn man jetzt einen Herpesvirus-Infekt kommen spürt, ist es meistens so, dass man so ein Kribbeln an der Haut hat oder manchmal auch Schmerzen und die meisten Menschen, die unter wiederholten Herpes-Infektionen leiden, die wissen schon, okay, jetzt kommt ein Herpes und dann ist es ganz wichtig, dass man hier rechtzeitig therapiert. Es gibt mehrere Möglichkeiten an Arzneimitteln, die auch frei verfügbar sind. Das bedeutet, es sind apothekenpflichtig, aber nicht rezeptpflichtig. Und das Einfachste ist einfach Zinksulfat. Es wirkt gut austrockend und das Zink kann auch die Virusvermehrung hemmen. Ein Präparatebeispiel ist Virodermin. Naturherkündig kann man mit Melisse Salbe behandeln, mit dem Melissenextrakt. Der kann auch die Teilung und die Verbreitung dieses Herpesvirus hemmen. Hier gibt es ein Produkt, beispielsweise Lumaherpan, was man einsetzen kann. Dann kommen wir zu den Medikamenten. Azyklovir, vor allem in Kombination mit Hydrokortison, wird empfohlen. Es ist wirksamer als jetzt beispielsweise Azyklovir alleine. Das ist auch in den Apotheken rezeptfrei erhältlich. Und Penzyklovir ist ein weiterer Wirkstoff, der die Vermehrung von den Herpesviren in den Nerven hemmen kann. Das ist auch ein Produkt, was frei in den Apotheken verkäuflich ist. Ganz wichtig ist, dass wenn man das erste Mal ein Herpes bekommt, dass man einen Arzt aufsucht. Oder wenn die Schübe so stark oder ungewöhnlich sind, dass man sich beim Dermatologen behandeln lässt. Und damit auch geschaut wird, ob hier nicht eventuell eine Störung des Immunsystems zugrunde liegt. Beispielsweise eine Infektion, die das Immunsystem betreffen kann. Oder auch eine Reduktion, beispielsweise durch Diabetes mellitus, eine Reduktion der Immunantwort. Mich würde interessieren, was Ihre Erlebnisse mit Herpes simplex-Viren sind. Wenn Sie möchten, posten Sie es gerne hier unter diesem Video. Ich freue mich von Ihnen zu lesen. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020